Neben der vorgesehenen Plenarsitzung zur Verabschiedung des Nachtragshaushaltes fand in der letzten Juliwoche auch die Sondersitzung des Südtiroler Landtages zur Behandlung des sogenannten Omnibus- oder Sammelgesetzes statt. Dieses sah unter anderem die Aufnahme von Personen mit Behinderungen auch außerhalb des Stellenplans im öffentlichen Dienst vor. Eine Unterstützung für die Landapotheken und die Stabilisierung von Sanitätspersonal, das während der Pandemie provisorisch eingestellt wurde. Am meisten diskutiert wurde die Einführung einer Betten-Obergrenze für den Tourismus. Der entstehende Artikel wurde schließlich angenommen, mit der Auflage die Durchführungsverordnung vor Genehmigung dem Landtag vorzulegen. Das Sammelgesetz wurde mit 15 Ja-Stimmen, einer Nein-Stimme und 14 Enthaltungen verabschiedet. Der Nachtragshaushalt enthält einen Überschuss von 404 Millionen Euro aus der Rechnungslegung für 2021. Wie Landeshauptmann Arno Kompatscher erläutert, werden die verfügbaren Mittel den Bereichen Soziales, Landwirtschaft, Mobilität und Forschung zugeteilt. Besondere Unterstützung erfahren Familien mit Kindern. Es gibt eine Anhebung der Ise-Schwelle für Beiträge, eine einmalige Unterstützung der Milchbetriebe, Mittel für die Seilbahnen, Fonds für den Zugang zu erneuerbaren Energiequellen sowie die Aufstockung des Landespersonals um 114 Stellen. Grüne Fünf-Sterne-Bewegung, die Freiheitlichen und Team K haben ihr Nein zum Nachtragshaushalt angekündigt. Begründet wurde das mit dem Übergang ohne Kontrolle von einer Milliarde Euro aus dem Reservefonds, mit einer schlechten Ausgangsplanung, die zum Überschuss geführt hat. Und mit dem Fehlen eines sozialen Schwerpunktes, wie auch die Südtiroler Freiheit es bemängelt hat. Das Gesetz ist mit 18 Ja, 13 Nein-Stimmen und einer Enthaltung angenommen worden.